ich bin der ich bin der thomas schneider und ich bin hier schauspieler am theater ich krieg jetzt gar nicht mein fahrradschloss auf wenn jetzt habe ich es auf ja wunderbar es ist auch heute ein bisschen kalt ein bisschen windig dass jetzt mein fahrradschloss zusammen machen so das lege ich jetzt ja und ich bin hier am theater weil ich kann halt nicht aufhören mit dem spielen es juckt mich immer noch und immer noch und ich will auch nicht aufhören solange es noch geht das werden sie ja verstehen wenn sie mich auch vielleicht mögen oder mich noch sehen wollen wenn sie mich nicht mehr sehen wollen dann schreiben sie im brief da höre ich dann auf ja ja ich bin ja schon sehr früh zum theater gekommen ich habe ja schon im leipziger schauspieler so kleine kinder sprech rollen gemacht da war ich elf jahre alt aber dann war der wunsch da und studiert und theater und nie arbeitslos gewesen das war was ganz ganz tolles immer anschluss gehabt viel glück gehabt ja und nun bin ich hier und bin ich hier magdeburg ja mal nee nee ich will jetzt nach sudenburg ja ich gehe nach sudenburg ich nehme jetzt mein fahrrad ständer muss ich noch hoch machen so und ich war jetzt nach sudenburg